Guck mal hier, Ventilator. Wenn nicht hier. Oder ich mach ein bisschen mit, wenn da nichts windstill ist hier. Hier muss es eher zur Stromerzeugung. Hier in Mexiko? Hier in Mexiko? Da muss es nicht ganz sein. Nein, besser nicht. Hier kann ich mir vorstellen, das ist nur zu zieren. Hier muss ich auch mal rasieren, damit ich den Haare stecken kann. Darunter sieht man sich aus wie der Ami oder so. Wenn. Überrasicht ist das wie Vorrat. Oh, da war das Delti da. Wollen wir das Hotel da oben nehmen oder was? Oh ja. Guck mal, da stehen ja ganz viele Heißen. Ja.